Heute gibt es zwei Livestreams. Einmal um 16 Uhr und heute Abend um 19 Uhr. Um 16 Uhr bin ich bei Herr Tomatenschädel und streame dort auf seinem Kanal. Und um 19 Uhr, also abends, werde ich mit Aktivgamer streamen. Und jeweils für eine Stunde, also zwei Stunden, streamen heute. Und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Es wird hoffentlich richtig spaßig. Und wie findet ihr die Kanäle? Die Kanäle sind in der Infobox verlinkt. Wenn es heute um 16 Uhr nicht klappt, könnt ihr um 19 Uhr vorbeischauen. Also bis gleich. Ciao.